Vermüllte Meere, Erderwärmung, Extremwetter, Hitze, Sommer, Krieg und Krisen. Jeden Tag erreichen uns schlechte Nachrichten, aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Dazu mehr jetzt bei Welt im Wandel TV. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Du bist seit, ich glaube, über sechs Jahrzehnten engagiert für den Schutz der Erde. Wir sind uns schon ganz oft begegnet. Ich bin begeistert von deinem Engagement und deshalb duze ich dich auch. Ernst, wie schätzt du unsere Lage ein? Wo stehen wir? Das, was vor 50 Jahren Umweltschutz hieß, ist zum größten Teil in den reichen Ländern erledigt. Als ich ein junger Mensch war, da war die Luft sozusagen zum Schneiden, die Gewässer vergiftet, die Spielplätze vergiftet und so weiter. Das ist im Wesentlichen wieder sauber. Die Luftqualität in der Mitte des Ruhrgebiets ist heute so, wie sie vor 50 Jahren vielleicht in Bad Wörishofen war. Also ein Riesenerfolg. Gleichzeitig ist aber dieses Reich- und Sauberwerden für andere Dinge eine Riesenkatastrophe. Insbesondere für das Klima, für die Weltmeere und die Biodiversität, die Artenvielfalt. Das geht so bergab, insbesondere zurzeit die Insekten. Das ist unglaublich. Also als ich ein Kind war, da hatte man überall Schmetterlinge. Die sind weg. Und wenn du jetzt darauf blickst, also du sagst, die Umwelt ist besser geworden, zumindestens bei uns in den Industrieländern. Aber wir haben jetzt das Riesenproblem mit dem Artensterben zum Beispiel. Was gibt dir Hoffnung? In diesem Fall ist es, dass man plötzlich angefangen hat zu merken, dass da was faul geht. Beim Klima wusste man es auch schon ein bisschen. Aber das Jahr 2018 hat plötzlich ins breite Volk die Erkenntnis gebracht, dass das Klima sich grausam verändert. Die Landwirte haben geklagt, die Forstwörter haben geklagt. Dann war der Rhein praktisch nicht mehr schiffbar. Die Leute haben geschwitzt ohne Ende. Plötzlich haben die Leute in Deutschland gemerkt, das Klima hat sich verändert. Und zwar gewaltig und nicht zu unserem Nutzen. Und in Japan Riesen-Taifune und ich weiß nicht was. Entsprechend in Amerika, in Afrika, überall auf der Welt. Schlimmste Veränderungen, sodass es plötzlich populär werden sollte, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Das war vor zwei Jahren noch nicht der Fall. Da sagte man, ja, das ist für die Enkel. Aber für uns doch nicht. Jetzt ist es plötzlich angekommen. Aber man hat ja bei diesen Themen, das sind ja so große Themen, das Gefühl, man kann als Einzelner eigentlich gar nicht viel tun. Was sagst du da? Ach, als Einzelner kann man schon was tun. In Deutschland fliege ich nicht. Ich habe auch früher selten das Flugzeug benutzt, aber jetzt gar nicht mehr. Und man kann mit der Bahn fahren. Wir haben in unserem Haus fünf Führerscheine und ein Auto. Wunderbar, das genügt vollständig. Und dein Haus heißt, du lebst dort mit deiner Frau und deinen Kindern und deinen Enkeln. Erzähl uns das mal. Also es ist ein sogenanntes Drei-Generationen-Haus, meine Frau und ich, dann eine unserer Töchter mit ihrem Mann und drei Kindern und dann jede Menge Freunde, die dann auch immer da sind. Und wie erlebst du die Stimmung so bei deinen Kindern und Enkelkindern? Sind die eher fatalistisch und sagen, die Probleme sind so groß, die wir haben, wenn man auf die Ressourcen guckt, wenn man auf die Armut guckt, wenn man auf die Kriege und Katastrophen guckt oder eben die extremen Wetter? Wir können eigentlich wenig tun oder sind die sehr optimistisch und ähnlich engagiert wie du? Also die Unterscheidung zwischen Optimismus und Verzweifelt oder so, die interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, ob sie einigermaßen realistisch durch die Welt laufen. Und das ist bei denen ganz zweifellos der Fall. Dazu gehört auch eine große Skepsis darüber, was die Menschen alles anrichten. Und dass man das dringend ändern muss. Also eine gewisse Politisierung im Gemüt. Wir dürfen nicht zulassen, dass also siebeneinhalb Milliarden Menschen ständig das Falsche tun. Und wie schaffen wir das? Also ich habe vor 30 Jahren oder so mal gesagt, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Ich habe damals gesagt, der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den Preisen nicht erlaubt hat, die ökonomische Wahrheit zu sagen. Dann war alles falsch. Da waren Brötchen billig und Bananen gab es gar nicht sozusagen. Ja, so ungefähr. Ja, und im sibirischen Winter musste man das Fenster aufmachen, weil eine Muss-Heizung, die fürchterlich war, also die Preise müssen die ökonomische Wahrheit sagen. Das war damals. Dann habe ich gesagt, aber der Kapitalismus wird zugrunde gehen, wenn er nicht den Preisen erlaubt, die ökologische Wahrheit zu sagen. Wenn wir ständig angelogen werden, dass Wasser und Energie und Boden und Mineralien beliebig billig sind. Dieses billig, billig, billig ist die dümmste Strategie für die Menschheit. Aber es ist die Hauptstrategie für die Industrie, für die Politik, für die Journalisten, für die Konsumenten. Alle wollen billig, billig, billig. Ja, und du kennst ja sicherlich auch den Spruch, Geiz ist geil. Das ist ja etabliert. Wie schaffen wir denn da eine Veränderung? Es ist zivilisatorisch etabliert, insbesondere in den amerikanisierten Ländern, wo der Markt alles beherrscht, der Staat nichts mehr zu sagen hat eigentlich und dann gewinnt einfach der Billigste auf dem Markt. Egal, was es kostet sozusagen, egal, was es an Umwelt kostet, egal, was es an Schäden kostet. Cheaponomics, auch im Deutschen hat es diesen amerikanischen Titel. Und da steht einfach, wie das eine Gaunerei ist, dass die ganzen Kosten weggedrückt werden an künftige Generationen, an Leute in anderen Erdteilen und so weiter. Und das setzt sich auf dem Markt durch, weil der Markt dereguliert ist. Und wenn der Staat irgendwo was eingreift, so wie Fahrverbote oder irgend so etwas, dann wird geschimpft ohne Ende. Man schimpft immer auf den Staat. Dabei ist der Markt hauptsächlich der Schuldige. Aber das hieße ja, dass es einen Bewusstseinswandel braucht. Und Bewusstseinsveränderung ist, glaube ich, nicht so einfach. Welche Hoffnung hast du denn, dass es gelingt? Mit welchen Motiven, mit welchen Argumenten kann es gelingen? Ja, also in unserem Buch »Wir sind dran« vom Klapperraum sind wir so weit gegangen, zu sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung. Die alte Aufklärung, die war sehr gut für das 18. und 17. Jahrhundert und so, eine Befreiung. Aber sie ist heute verdünnt worden in Egoismus, Individualismus, Rationalismus, Utilitarismus und so weiter. Und immer Markt, 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 Freiheit, Freiheit, Freiheit. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und Wachstum kam auch dazu. Im 18. Jahrhundert gab es überhaupt keinen Wachstumswahn. Das gab es nicht. Das ist im 19. Jahrhundert entstanden und im 20. Jahrhundert aufgeblüht. Die Idee, man müsse immer mehr wachsen. Und da gibt es ein schönes Beispiel von dir. Du hast mal einen Vortrag gemacht, da hast du die Küche von 1950 gezeigt. Da war irgendwie noch so ein Ofen mit drei Töpfen drauf. Der brannte dann irgendwie, wenn man kochen wollte. Und heute, die Küchen sind Hightech-Küchen, aber früher wurde jeden Tag gekocht. Und in diesen Hightech-Küchen manchmal gar nicht. Ja, ist richtig. Also das letzte Bild, da vergleicht man das wunderschöne Sonntagsessen vor 50 Jahren. Genau. Und dann demgegenüber die McDonalds-Bude. Ja. Das mit Hightech und Riesenwachstum in der Küche. Aber dann nochmal die Frage, wie geht hier Bewusstseinswandel? Naja, das ist bei verschiedenen Menschen sehr verschieden. Es ist völlig klar, dass arme Familien in erster Linie mehr Wohlstand haben wollen. Das darf man denen überhaupt nicht übel nehmen. Und ärmere Länder auch. Ärmere Länder auch, wobei in den letzten 30 Jahren der eigentliche Wohlstandszuwachs in den ärmeren Ländern passiert ist. In den reichen Ländern haben wir eine Art von Abfall, vor allem bei den klassischen Industrien. Und darf man das positiv sehen? Darf man da sagen, wenn es da einen Abfall gibt, es gibt ein Gefühl von, es reicht, es ist genug? Nein, also das Gefühl, es ist genug, ist aus der Zivilisation verdrängt worden. Man belohnt, das ist ja auch ein Marktgeschehen, den Geiz. Geiz ist geil. Denn dann kann auch die Industrie mehr verkaufen und der Handel und die Steuern sprudeln und so weiter. Also das, was ökologisch schädlich ist, ist für andere Leute ungeheuer nützlich. Und deswegen geschieht es auch ohne Ende. Eine Lösung wäre ja die Kreislaufwirtschaft. Also das, was mal in der Produktion verwendet wurde, wird wieder genutzt. Geht entweder ein in die biologischen Kreisläufe oder aber in die technologischen Kreisläufe. Ist das eine gute Lösung? Ist eine gute Lösung, aber um Milligramme von Indium aus einem Handy rauszuholen, braucht man viel mehr Energie, als neues Indium zu schürfen. Das heißt also, einfach ist das nicht. Und mit moralischen Geboten, ihr müsst jetzt jedes Milligramm Indium rausholen, also ist nichts gewonnen. Also man muss dann schon auch den Design der Produkte so ändern, dass das Wiederherausholen der wertvollen Stoffe richtig funktioniert. Die heutigen europäischen Wirtschaften sind ungefähr zu 10 Prozent kreisläufig und zu 90 Prozent linear wegwerfen. Und wenn man es eben in den Kreislauf bekommen will, dann hieße das von Anfang an daran zu denken, dass man es wiederverwenden möchte und dass dieses Wiederverwenden einfach geht. Und dieses wiederum wird erst dann in der Zivilisation ankommen, wenn Energie, Wasser und Primärmaterialien teurer werden. Die sind in den letzten 200 Jahren ständig billiger geworden. Und deswegen werden sie verschüttet. Aber das ist doch nicht kommunizierbar. Jedenfalls nicht so, dass die Leute sagen, juhu, juhu, ich bin dabei. Es soll alles teurer werden. Ja, ich sage ja nicht, dass sie juhu, aber sie müssen jedenfalls mal intellektuell einsehen, dass man nicht gleichzeitig über die Meeresverschmutzung und das Vergeuden von Lebensmitteln und so weiter klagen und jammern darf und dann aber immer wieder billig, billig, billig fordern. Das widerspricht sich. Nein, es muss einen Wert haben, Energie einzusparen, Wasser einzusparen, Lebensmittel nicht zu vergeuden, kein Plastik in die Ozeane zu streuen und so weiter. Welchen Wert könnte das haben? Also das ist jetzt eine staatliche Aufgabe, dass Klimaverschmutzung, Ozeanverschmutzung und so weiter teuer wird. Dann separiert man denjenigen Wohlstand, der im Wesentlichen auf Verschwendung beruht, von demjenigen, der im Wesentlichen dem Menschen nützt. Das muss auseinander driften und dann werden die Ingenieure und die Manager und die Logistiker und die Konsumenten und die Händler und so weiter, die werden dann alle in die richtige Richtung gelenkt. Das ist heute nicht der Fall. Heute werden sie in die Richtung Verschwendung gelenkt. Weil es ja nichts kostet. Weil es nichts kostet und weil die Politik mit dafür sorgt, dass es immer möglichst wenig kostet. Ich würde gerne mal in deine Biografie gucken. Du wirst ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, demnächst 80. Du hast mal Physik studiert, dann hast du Biologie studiert. Wie bist du der geworden, der du jetzt bist? Wie bist du zu deinem Engagement gekommen? Naja, also schon als Schüler fand ich Raupen und Schmetterlinge das Wunderbarste. Da ist so eine Raupe, dann verpuppt sie sich, ist eine Weile starr und da kommt plötzlich ein Schmetterling raus. Das fand ich glorios und hatte die dann auch bei mir im Zimmer und so. Also da brauchte ich, da haben die Biologielehrer nichts dazu beigetragen. Das kam von mir. Und das Physikstudium war eine wunderbare Schule, eigentlich noch besser als das, was man in der Schule gelernt hat. stramm, genau denken und sich nicht täuschen lassen. Und das Ganze dann auch in der Biologie, das war sehr nützlich. Ich habe Neurobiologie an Insekten gemacht, auch eine sehr schöne Sache. Irgendwann war ich dann Biologie-Professor. Wir haben uns dann auch über das Thema Information in der Biologie gekümmert. Ein faszinierendes Forschungsgebiet. Aber irgendwann bin ich dann doch auch mehr in die Politik abgedriftet. Weil? Weil ich es so wichtig fand. Ich habe gemerkt, dass der politikfreie Raum, das ist eine Art von Paradies, ja wunderschön, aber es ist eine totale Illusion. Wir müssen etwas dafür tun. Anfangs war mein politisches Engagement für mehr Bildung. Als ich Abitur gemacht habe, haben sechs Prozent des Altersjahrgangs nur Zugang zur Hochschule gehabt. Absolut skandalös. Heute sind es 50 Prozent oder mehr. Also wir haben Bildungsreformen gefordert und Erweiterungen. Aber dann eben entsprechend auch bei Umweltschutz. Ich war bei Bürgerbewegungen gegen Verschmutzung. Das war auch im Ruhrgebiet und an anderen Stellen. Und habe dann aber natürlich auch gemerkt, die Ingenieure und die Manager und so weiter, die fangen erst an, sich in der richtigen Richtung zu orientieren, wenn es entweder ein staatliches Gebot oder Verbot gibt oder wenn die Preise die Wahrheit sagen. Okay. Dann warst du sehr früh schon bei dem Club of Rome engagiert. Es gibt dieses berühmte Buch, die Grenzen des Wachstums aus den 70er Jahren. Aber auch da hat sich ja einiges geändert. Was hat sich da gewandelt in der Auffassung des Club of Rome? Also an dem Buch, die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows, Donnella Meadows und so, habe ich keinerlei Verdienst. Ich habe es wahrgenommen und sehr wichtig gefunden. Ja, und seither haben wir ungefähr eine Verzweieinhalbfachung der Menschen, Menschheit. Also nichts davon Grenzen des Wachstums. Wir haben sinnlos, besinnungslos einfach immer weiter mehr Kinder gekriegt. Und der Konsum hat sich ungefähr verfünfzehnfacht. Nichts damit Grenzen des Wachstums. Es wird gewachsen, was das Zeug hält. Und niemand hat den Club of Rome wirklich ernst genommen. Ronald Reagan, der war kurz danach Präsident in den USA, hat gesagt, there is no such thing as limits to growth. So einfach. Also keine Grenzen zu wachsen. Die Menschheit hat es nicht gewollt. Der Club of Rome ist kläglich gescheitert mit der Aufforderung, endlich die Grenzen des Wachstums wahrzunehmen. Deswegen haben wir jetzt in dem neuen Buch, Wir sind dran, gesagt, also so einfach mit Grenzen des Wachstums postulieren und nachher wieder Verlierer sein, das ist nicht gut genug. Nein, wir müssen erstens die Diagnose richtig machen. Da mussten wir auch einiges aktualisieren. Zweitens, die tiefer liegenden Gründe wahrnehmen, analysieren, warum die Menschen immer wieder in die falsche Richtung driften. Was sind die tiefer liegenden Gründe? Ja, also die Verherrlichung von Freiheit, Individualismus, Egoismus, was ich gesagt habe, das war also die alte Aufklärung. Die war, wie ich gesagt habe, eine Befreiung, aber gleichzeitig auch eine Verführung in die falsche Richtung. Und das soll man den Einzelnen nicht übel nehmen, dass sie egoistisch sind. So sind Menschen irgendwo auch. Aber die Solidarität, das Gemeinwohl, das Gefühl, das Gemeinwohl uns stärkt und nicht schwächt, das sind Dinge, die in der Zivilisation liegen und nicht nur in einzelnen ökonomischen oder juristischen Formeln. Also die Zivilisation muss sich ändern und dafür sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung. Und der dritte Teil des Buches, das ist etwa die Hälfte der Seiten, ist dann politisch pragmatisch, was können die Einzelnen tun? Die Familien, die Provinzen, die Städte, die Länder und die ganze Welt. Und jetzt ist das natürlich nicht möglich, das mit drei Sätzen zu sagen, aber lass es uns zumindest mal versuchen. Also was können die Einzelnen tun? Die Familien, die Dörfer, die Städte, die Länder oder bleiben wir bei Deutschland? Also ich würde sagen, beim Lebensmitteleinkauf darauf achten, wo es herkommt. Wir haben das Glück, in Breisgau die Regionalwert AG zu haben, die haufenweise kleine Lebensmittelhändler unterstützt und überall lokales, ökologisch Gewachsenes anbietet. Kann man aber auch in Brandenburg oder in Sachsen oder in Thüringen oder in Nordrhein-Westfalen hinkriegen. Und da gibt es ja auch große Wachstumsraten in genau dieser Richtung. Und die verdrängen die verschmutzte Billiggeschichte. Und das ist gut. Und dann darauf achten, dass man nicht einfach alles gleich wegwirft. Also ich bin sehr für eine vernünftige Hygiene, aber übertrieben, dass alles immer gleich weggeworfen wird. Das ist ja vor allem in den Geschäften so, in den Restaurants. Alles, was einmal irgendwo auf dem Tisch war, muss nachher weggeworfen werden. Da kann man sich auch noch was Neues einfallen lassen. Mindestens eine Wiederverwertung für Hunde und so weiter, da gibt es ja auch schon eins. Aber das ist eine Denkform. Und dann die Mobilität ist ungeheuer wichtig. Also so am Wochenende nach den Riffadüsen ist verrückt. Es ist vollkommen verrückt. Da nehme ich keinen Buchstaben davon zurück. Das ist verrückt. Und woran liegt das? Unter anderem an einem politischen Abkommen aus dem Jahr 1944. Das Abkommen von Chicago. Das verbietet die Besteuerung von internationalem Flugbenzin. Ist das nicht Wahnsinn? Tja, 1944 ist lange her. Das war die Zeit von Charles Lindbergh, als mal einer über den Ozean geflogen ist. Und als das noch in der Pionierzeit war. Aber heute sind es Milliarden, die da über die Ozeane fliegen. Das muss korrigiert werden. Man muss das Abkommen kündigen. Aber warum ist das so schwer? Ich meine, der gesunde Menschenverstand... Einfach weil die ganzen Tourismusinseln, die sagen, ja, wir brauchen das, aber sonst haben wir kein Einkommen mehr. Und was sagst du dann? Ich sage, wir müssen mit dafür sorgen, dass man auf diesen Inseln Wohlstand entwickelt, der nicht von Flugzeugen abhängt. Das kann man ja auch. Jetzt hattest du auch davon gesprochen, diese neue Aufklärung, das Umdenken, sage ich jetzt mal, das Andershandeln in Städten und in Deutschland. Ist dir da wichtig? Die Städte, wir haben einen wunderbaren Club of Rome-Strategen, Herbert Girardet, ist ursprünglich Deutscher, lebt aber in England seit Jahrzehnten. Der ist so der Guru für ökologische Städte. Er war mal ein Jahr lang in Adelaide in Südaustralien und hat denen geholfen, die Stadt so umzugestalten, dass sie plötzlich ökologisch wird. Was hat er da so gemacht? Andere Baustoffe, mehr Begrünung? Also sehr viel Selbstversorgung auch, Wasserverwendung, auch natürlich Wasseraufbereitung, das haben wir auch in Deutschland. Grünflächen und Verkehr, Autoverkehr vermindern und öffentlichen Verkehr etwas vermehren, auch Radwege und so weiter. Und heute ist Adelaide von den Millionenstädten der Erde, ich glaube Nummer drei oder vier in der Lebensqualität. Wunderbar. Gut, und der hat ein wunderschönes Kapitel geschrieben für dieses Buch über die ökologische, die regenerative Stadt. Also nicht die wertevernichtende Stadt, sondern die werteschaffende Stadt. Wunderbar. Dazu gehören eben sehr viele infrastrukturelle Maßnahmen, die man machen kann. Und auch Deutschland ist da gar nicht so schlecht. Also Karlsruhe ist ganz besonders gut, Freiburg auch, Hamburg ist auch nicht schlecht. Also es gibt da sehr wohl gute Beispiele und das kann sich weiter ausdehnen. Nur wiederum, wenn der Treibstoff für PKWs so billig ist, dass tendenziell der motorisierte Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr preislich schlägt für die meisten Verrichtungen, es gibt ja immer Ausnahmen, das ist schlimm. Oder dass die Lastwagen den Güterzug verdrängen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Amerikanismus. In Amerika ist praktisch der Zugverkehr kaputt gegangen. Es gibt gerade noch ein bisschen Güterverkehr, aber Menschen kaum. Als jemand, der sich eben also mindestens seit sechs Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigt, der dann immer wieder erlebt, wie mühsam das ist, welche Aufschreie es gibt, wenn sich etwas verändern soll, bist du erstaunlich gut gelaunt. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das, dich also klar hinzugucken, wo wir stehen, die Probleme zu sehen und trotzdem bei guter Laune zu sein? Das ist ganz einfach. Ich bin gescheit genug, um zu wissen, dass wenn ich als Trauerbeutel da rumsitze, ich nichts verbessere. Und wenn ich an meine Enkel denke oder so, dann finde ich es so ärmlich hochkrempelnd. Du hast das ja auch schon gesagt, dass wir eigentlich momentan auch immer noch, glaube ich, auf Kosten unserer nachfolgenden Generation leben. Wie siehst du das bei deinen Enkelkindern? Sagen die auch, also Opi, wir haben eigentlich keine richtige Perspektive. Ihr habt so fehlgewirtschaftet, dass für uns nicht mehr viel übrig bleibt, außer Katastrophen? Also diejenigen, die sozusagen das höhere Schulalter erreicht haben, die fangen an, so in der Richtung zu denken. Die Kleineren eher noch nicht. Die finden es einfach schön, wenn Oma und Opa auftauchen und so. Aber wenn ich mit den jungen Menschen der Generation, wie nennt man die jetzt? Y, Y, Z, ich weiß es auch nicht. Ich vergesse es immer. Wenn ich mit denen rede und es sind keine Dummköpfe, dann kriegen wir durchaus diese Vorwürfe zu hören. Und dann sage ich, ja, unsere Zivilisation hat das einfach nicht gelernt. Für uns war Wachstum einfach noch alles. Und jetzt müssen wir gemeinsam, jung und alt, und die Politik daran arbeiten, dass Lebensqualität, Wohlergehen und so weiter, vom reinen Umsatz, Wachstum ist ja Umsatz im Wesentlichen, abgekoppelt wird. Und darüber habe ich ja ein Vierteljahrhundert in meinem Leben verbracht mit Büchern wie Faktor 4, Faktor 5 und so. Also eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität aus einer Kilowattstunde oder einem Liter Wasser fünfmal so viel Wohlstand heraus zu zaubern. Dann kann das Wohlergehen wachsen und der Naturverbrauch sinken. Das ist doch auch schon mal ein Ziel. Klingt gut. Du giltst ja als einer der 100 einflussreichsten Vordenker. Wenn ich so zum Ende unseres Gesprächs nochmal frage, was sind für dich die drei wichtigsten Herausforderungen, die wir dringend bewältigen müssen? Gut hinschauen, sich nicht scheuen vor unpopulären Erkenntnissen und die dann auch politisch durchsetzen. Und was sind die drei größten Hoffnungen, die du hast in dem Zusammenhang? Dass Menschen die Fähigkeit haben, wirklich was dazu zu lernen. Ich will ein Beispiel geben. Unsere Urgroßeltern haben noch ohne jeden Charme gesagt, der Schornstein muss rauchen. Das war für sie ein Symbol dafür, dass es besser geht. Wenn wir heute einen rauchenden Schornstein sehen, dann sagt uns unsere Ästhetik, also nicht unsere Vernunft, sondern unsere Ästhetik, da ist was kaputt. Also es hat die Menschheit gelernt. Warum sollst du das nicht bei Plastikvermüllung und bei Klima auch noch lernen? Noch zwei andere Hoffnungen? Ja, wir können lernen, anders miteinander umzugehen. In der Familie, im Dorf, in der Stadt und die dort entstehenden positiven Energien dann auch auf die größere Gemeinschaft von Staat, Europa, die Welt ausdehnen. Das sind alles Emanzipationsschritte aus einer Neandertaler Zivilisation heraus, die rein auf das ganz Lokale beschränkt ist. Und wenn die Auswirkungen von Tätigkeiten in Kalifornien oder in Sibirien oder in Südafrika oder so unser Leben verändern, dann wären wir blind und taub, wenn wir nicht irgendwo weltweit denken würden. Zum Schluss, jetzt habe ich es schon gesagt, du wirst dieses Jahr 80. Was wünschst du dir? Ach, ein vergnügtes Altern. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für deine Impulse. Ja, und Ihnen oder euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind dran. Das sollten wir nicht vergessen. Und wie wir so dran sein können, dazu dann mehr bei Welt im Wandel TV. Vielen Dank. Vielen Dank.